Hallo Leute, mein Name ist Isa Adams. Ich komme von der Ephraim Benkwister. Ich stehe hier am Standbad Lulig. Das ist ein Schwimmbad. Hier kann man schwimmen gehen. Die 104 Shura kostet 3 Euro. Er ist Rofend. Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr. Das ist ein Schwimmbad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017